Erfolg durch Bildung Die Akademie für Sport und Gesundheit bietet dir die Möglichkeit, in zwei Tagen Faszientrainer zu werden. In diesem Video erfährst du alles, was du zur Ausbildung wissen musst. Faszientraining spielt im Sport wie auch im Alltag eine große Rolle für unser Bewegungsverhalten. In dieser Ausbildung lernst du nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie myofasziale Strukturen angeregt, mobilisiert und entspannt werden. Zu den theoretischen Grundlagen gehören unter anderem der Aufbau und die Funktion der Faszien. Unsere erfahrenen Dozenten erklären dir, wie sich die Faszien auf die allgemeine und sportliche Leistungsfähigkeit auswirkt. In der Praxis wendest du selbst Übungen und Techniken des Faszientrainings an. Außerdem bekommst du zahlreiche illustrative Übungsbeispiele mit an die Hand. Ich mache Yoga als Ausgleich zum Kraftsport und von daher habe ich gedacht, diese Faszientrainer-Ausbildung ist eine gute Komponente. Es ist meine zweite Ausbildung, die ich über diese Akademie mache und ich würde sie auch immer weiterempfehlen. Unsere Lizenzen sind branchenweit anerkannt und unbegrenzt gültig. Der Anwendungsbezug hat für uns höchste Priorität, weshalb in der Ausbildung ein besonderes Augenmerk auf die Praxisnähe der Inhalte gelegt wird. Wir praktizieren Qualität. Um dies transparent darzulegen, unterziehen wir uns jährlich der namhaften und unabhängigen Prüforganisation TÜV Süd. Wenn du noch Fragen zur Ausbildung hast, hinterlasse uns einfach einen Kommentar. Weitere Infos zur Ausbildung findest du auch auf unserer Website. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Like. Du möchtest mehr zum Thema Karriere in der Fitnessbranche und deinen Ausbildungsmöglichkeiten bei der ASG wissen? Dann abonniere unseren Kanal.